würde ich jetzt nicht sagen dass mich das zusätzlich belastet er ist ein bisschen so dass man sagt okay ich muss mich ja heute gar nicht schminken weil ich aber eh die maske auf und dann sieht man das auch nicht für mich ist es jetzt nicht so schlimm weil ich ja quasi selbstständig bin und viel von zu hause aus arbeite also ich musste jetzt nicht den ganzen tag tragen wie es natürlich ist wenn man die wirklich so zehn zwölf stunden auf hat kann ich da leider nicht beurteilen aber ich könnte mir schon vorstellen dass sich das negativ auf die rosacea auswirkt